Bei einem Kleinhirninfarkt kommt es zu einer Durchblutungsstörung oder zu einer Blutung im Kleinhirn. Das Kleinhirn ist für die Koordination zuständig. Das heißt, wenn Sie da eine Störung haben, kriegen Sie Hände, Füße nicht mehr richtig koordiniert und das kann zu weiteren Ausfällen kommen, wie zum Beispiel einer Koordinationsstörung der Augen. Das würde sich bemerkbar machen, zum Beispiel durch Doppelbilder.